So, 60, 96. Okay, gehen wir erst dahin. Jetzt will ich eigentlich noch kein Aufsehen erregend da hochgehen. Willkommen! Vielen Dank! Und was kannst du so? Putzen? Nähen? Kochen vielleicht? Hm, ich gehe eher jagen. Das ist ungewöhnlich. Jedoch findest du dich in guter Gesellschaft. Unsere Grabungsleiterin ist auch eine Frau. Solange du dich gut mit ihr stellst, geht's dir gut hier. Natürlich geht es allen gut hier. Eure Stärke ist unsere Stärke. Wunderbar! Aha! Wer soll also dabei helfen? Ein Maya-Tempel, oder? Was ist das? So ein Tempel auszugraben. Auf der Suche nach irgendeinem Schatz. Ja, natürlich. Grabschändung und so. Ich höre es schon. Die habe ich auch erhalten. Gut. Und jetzt gehen wir mal zu unserem Auftrag. Mal gucken, was es da gibt. Oder geben soll. Wir wissen es ja noch nicht. Oh. Lauf. Lauf. Decken wir hier noch ein bisschen Karte auf. Genau. Es herrscht kein Materialmangel hier. Vielleicht finde ich genug, um mich zu bewaffnen, damit ich im Notfall bereit bin. Ah, natürlich. Gürtel von Wachentründern. Natürlich. Es fällt überhaupt nicht auf. Ich kann die gar nicht plündern. Gürtel von, zwei Gürtel von den Wachentründern. Von denen da? Geht, 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 geht. Oh, malheur. Attrapez-la. Comment peut-on oser voler au pauvre? Nein. Scheinbar nicht. Ich kann nicht stehlen. Ist das wieder so ein Bug, oder wie? Zwei Gürtel von den Wachentründern. Ja. Verdammt! Okay, ich würde sagen, ich muss mal kurz... Obwohl... Kiste... Hier kann ich plündern. Ja, und wieso kann ich normal nicht plündern? Nein, ich möchte nicht dahin. Wieso? Oder meinen die irgendwas anderes plündern? Oder irgendwelche... Ihr müsst zuf... Welchen speziellen Sachen... Evelyn... Nein. Eine Waffe aus verfügbaren Materialien herstellen? Damit aufhören! Okay, sie greifen mich aber auch nicht mal an. Hier. Ich würde sagen... Tut mir leid, aber in diesem Moment... Sollte ich mal aufhören und der Sache auf den Grund gehen. Vielleicht das Spiel dann auch neu starten. Ja, und dann würde ich sagen... Na? Ich kann... Ich kann die... Bleib mir aus den Augen! Ich kann die... Lass dich nicht nochmal erwischen! Jetzt setzt es was! Oh, gut. Jetzt letzt lacht, lacht am besten! Okay, vielleicht... Plünder. Aha! So muss man das scheinbar machen. Gut. Dann habe ich jetzt meine Sachen. Messer stehlen. Ja, natürlich. Mach ich doch gerne. Messer eingesammelt. Geht doch. So, ja. Dann brauche ich auch nicht das Spiel neu starten oder so. Ich bin auch immer unbewaffnend. Holzplanken an einer Baustelle finden. Was brauchen wir denn... Für welche Bewaffnung brauchen wir eine Holzplanke, bitte? Nur mal so kurz zur Frage. Also, das mit dem Messer und dem Gürtel kann ich verstehen, wegen Pistole und so weiter, zum Verstecken. Aber... Holzklang? Hier gibt es irgendwo etwas. Das ist... Das... Tal und Buchseite anhalten. Schön. Holzplanke... Und ein Baustelle. Da oben müsste noch etwas sein. So, ja, jetzt verfalle ich schon wieder in Sammelwut. Das gibt es doch gar nicht. Das Ding müsste ich jetzt aber auch haben. Ja... Das war natürlich hier drinnen. Tagbuch erhalten. Hier ist hoch. Oh, das ist ja cool. Ja, jetzt habe ich zumindest... Entschuldigung für das Knattern eventuell. So, ja, jetzt habe ich zumindest... Mein Zeug zusammen. Jetzt muss ich nur noch... Also, jetzt habe ich zumindest die Karte übersichtlich aufgedeckt, hoffe ich. Zumindest... Ein Schießpulverfass platzieren. Was hat die denn vor? Aua. Ich bin irgendwie schon ziemlich... ... aufgefallen, was ich eigentlich nicht mal abholte. Na, wahrscheinlich wegen den zwei Typen, die ich aus Versehen in die Ecke gebracht habe.